Meine Damen und Herren, demnächst bekommen Sie durchschnittlich 2.000 Euro Rente im Monat. Wie komme ich da drauf? Nun, offensichtlich plant die Regierung, insbesondere die Grünen, da aktuell etwas. Worauf will ich raus? Nun, ganz einfach, ich spiele Ihnen da ganz kurz mal was ein. Die Ricarda Lang, Vorsitzende der Grünen, hat das die Tage bei Markus Langs vom Leder gelassen. Nämlich, dass sie durchschnittlich 2.000 Euro Rente pro Monat bekommt. Wie gesagt, schauen wir uns gerne mal ganz schnell gemeinsam an, was da abging. Wissen Sie ungefähr, wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland? Durchschnittsrente kenne ich tatsächlich nicht. Haben Sie eine Idee? Nee, tatsächlich keine konkrete. Ungefähr. Ich würde davon ausgehen, dass wir um die 2.000 Euro umliegen. Durchschnittsrente? Ja, meine Damen und Herren, Sie haben das mitbekommen. Vorsitzende der Grünen. Geht davon aus, dass sie 2.000 Euro im Monat Durchschnittsrente bekommen. Land spricht da von etwas über 1.500 Euro, je nachdem, welche Studie oder welche Untersuchungen Sie sich anschauen. Wir landen ja teilweise sogar nach unter 1.500, sondern lediglich so bei 1.100, 1.200 Euro Rente im Monat. Ja, meine Damen und Herren, das sind die Politiker, die sitzen für Sie im Bundestag. Das sind die. Nehmen wir nur als Beispiel letztes, vorletztes Jahr Energiepreispauschale. Das sind die Politiker, die da, ich kann mich noch sehr gut Sie sicherlich auch dran erinnern, die da gesagt haben, nein, Rentner bekommen keine Energiepreispauschale. Im Ergebnis nach wilden Protesten, nach langem Ringen, haben sie sie glücklicherweise ja dann doch erhalten. Aber ursprünglich hieß es doch, nein, Rentner bekommen keine Energiepreispauschale, denn die bekommen oder bekamen ja eine üppige Rentenerhöhung im Sommer damals. Ja, meine Damen und Herren, durchschnittlich 2.000 Euro, ja, das heißt, da gibt es ganz viele, die auch mehr als 2.000 Euro Rente im Monat haben. Wenn ich von so einer weltfremden Basis komme und davon ausgehe, dass die Durchschnittsrente bei 2.000 Euro liegt, dann muss man sich doch auch nicht wundern, dass da solche Behauptungen, solche Forderungen kommen. Oder umgekehrt muss man ja sagen, das sind die Punkte, warum dann entschieden wird und auch die Forderungen kommen, wir können Rente mit 63 abschaffen und was weiß ich, was es da ständig für Forderungen gibt. Wenn ich so planlos bin, so überhaupt keine Ahnung von der Basis, von dem Leid der Bürger, von dem Leid der Rentner habe, dann wundert mich da nichts mehr. Lassen Sie uns doch gerne nochmal auf meinen Laptop schauen, wer ist denn die Riccarda Lang? Und da werden Sie sich mal festhalten, denn da wundert mich dann gar nichts mehr. Ich bin hier einfach mal auf die Homepage von Focus Online, kann auch Wikipedia oder sonst was sein. Schauen wir uns doch mal an, wie die Frau Lang, was deren Karriere so ist, was hat die denn vorher gemacht, bevor sie im Bundestag saß und letztlich darüber entschied oder auch entscheiden wird, ob und wie hoch und warum auch immer sie Rente bekommen oder ob die Rente mit 63 gekürzt wird oder was auch immer. Lassen Sie uns das mal anschauen. Wir gehen auf meinen Laptop und da schauen wir nun mal Riccarda Lang, Freund, Lebenslaufgehalt. Riccarda Lang, Freund, Familie, private Informationen. Zum einen, die Frau Lang ist am 17. Januar 1994 in Baden-Württemberg geboren worden. Also noch relativ jung. Vergleich, wie alte Politiker im Bundestag ansonsten so sind. Sie ist die jüngste Parteivorsitzende, welche die Parteibündnis 90 Die Grüne jemals hatte. Sie lädt mittlerweile in Berlin. Frau Lang wuchs bei einer alleinerziehenden Mutter von Berufssozialarbeiterin auf. Ihr Vater ist ein 2019 verstorbener Bildhauer. Sie ist mit dem Herrn Wilsch liiert. Er ist auch ein aktiver Grüner und so weiter. Frau Lang bekennt sich offen zu ihrer Bisexualität und hat sich im März 2023 mit dem Herrn Wilsch verlobt oder ihre Verlobung verkündet. Gut, das ist der private Bereich. Lassen wir mal außen vor. Nice to know. Lassen Sie uns mal den Lebenslauf anschauen. Frau Lang ist seit dem Jahr 2012 in der Politik aktiv. Sie trat im Alter von 18 Jahren der Grünen-Jugend bei. Im Januar 2022 wurde sie zur Bundesvorsitzenden der Grünen gewählt. So. In den Jahren 2014 und 2015 war sie als Sprecherin des Bundesverbands und so weiter. Lassen wir die politische Karriere mal außen vor. Seit 2021 ist sie Mitglied des 20. Deutschen Bundestags. Und dann kommt der Knaller. Meine Damen und Herren, Berufserfahrung hat Ricarda Lang abseits der Politik jedoch nicht. Nach ihrem Abitur am Hölderlin-Gymnasium in Nörtingen studierte sie Rechtswissenschaften an zwei verschiedenen Universitäten. An der Rupprecht-Karls-Universität in Heidelberg und an der Humboldt-Universität in Berlin. Und brach ihr Studium im Jahr 2019 ohne Abschluss ab. Meine Damen und Herren, bedeutet also, die gute Frau hat Abitur gemacht, ist studieren gegangen, von der einen Universität zur anderen Universität gewechselt. Ich weiß es nicht, steht hier nicht, kann ich nicht beurteilen, hat sie gewechselt, weil sie nach Berlin gezogen ist. Oder haben die Scheine an der einen Universität vielleicht nicht gereicht, war es da zu schwer. Jedenfalls von der einen Universität, zwei Universitäten war sie, aber hat dann ihr Studium der Rechtswissenschaften ohne Abschluss abgebrochen. Das heißt, außer Abitur hat die gute Frau nichts vorzuweisen. Keine Berufsausbildung, keine Meisterausbildung, kein abgeschlossenes Studium, kein gar nichts. Die gute Frau hat Abitur. Wenn sie sich jetzt irgendwo bewerben würde, außerhalb der Politik, irgendwo in der Wirtschaft, interessiert hier eigentlich ausschließlich, sie hat Abitur und versucht, einen Juraabschluss zu erreichen, hat das aber nicht gepackt, hat ein abgebrochenes Studium, ein Studienabbrecher, eine Studienabbrecherin. Ansonsten nichts vorzuweisen, das sind die knallharten Fakten. Aber in dieser Republik ist es möglich, dass die gute Frau im Bundestag sitzt und letztlich darüber entscheidet, mehr oder weniger, sie persönlich vielleicht nicht, aber in einer Partei in Regierungsverantwortung ist, wo darüber entschieden wird, ob sie zum Beispiel eine Energiepreispauschale erhalten oder nicht. Ursprünglich hätten sie die nicht bekommen sollen, weil, sie sagt ja, sie geht davon aus, sie haben ja durchschnittlich 2000 Euro Rente und dann noch eine üppige Rentenerhöhung damals erhalten, also sie brauchen noch keine Energiepreispauschale. Vor den Fakten, meine Damen und Herren, wundert mich nichts mehr und vor allem wundert mich auch nicht, warum diese Republik immer mehr Richtung Wand gefahren wird, warum es hier immer mehr steil bergab geht. Studienabbrecher sind hier in Regierung oder mehr oder weniger in Regierungsverantwortung, das kann ich nur noch sagen, Gute Nacht, schöne Gegend. Aber mich interessiert, wie stehen Sie dazu, daher Ihre Meinung ab da unten in die Kommentare, denn dafür sind die Kommentare da, dass Sie da was reinschreiben. Ansonsten, meine Damen und Herren, soll es das von mir für dieses Video gewesen sein. Wir sehen uns gerne in meinem nächsten Video, Ihnen bis dahin wie immer eine wunderbare Zeit. Das war es von mir, ciao, bis zum nächsten Mal.